Das ist Gerd. Gerd ist Bauplaner und dafür verantwortlich, dass auf der Baustelle alles glatt läuft. Gerd muss auf Zeiten, Budgets, gesetzliche Vorschriften und Normen achten. Das ist ein ganz schön großer Aufwand, der schnell in Stress und Chaos enden kann. Gerd hat sich deshalb schon oft Hilfsmittel gewünscht, die einen Teil seiner Arbeit vereinfachen. Aber Gerd, diese Hilfsmittel gibt es doch schon. OboConstruct. OboConstruct ist eine Sammlung von Planungstools für die Elektroinstallation von OboBettermann. Mit den OboConstruct-Tools kannst du Kabeltrabssysteme zeichnen und konfigurieren, Unterflursysteme zusammenstellen und bestücken, Einfach und schnell normengerechte Brandschutzsysteme auswählen und einen passenden Schutz gegen Blitz und Überspannungen für dein Projekt erstellen. Anschließend kannst du mit wenigen Klicks fertige Materialstücklisten und Ausschreibungstexte herunterladen. Und weil wir wissen, dass du den ganzen Tag viel unterwegs bist, gibt es die OboConstruct-Tools nicht nur für deinen Computer, sondern auch für dein Smartphone oder Tablet. Endlich hat Gerd die Unterstützung gefunden, nach der er schon so lange gesucht hat. Mit den OboConstruct-Tools von OboBettermann behält er den Überblick und sein Job macht endlich wieder Spaß. Probier's doch gleich aus auf www.obo-construct.com Obo-construct.com OboConstruct-Tool-Tools'